schon heftig jetzt sind ich weiß gar nicht wievielte folge mario das hier jetzt sein müsste mit 60 kann das sein ich weiß naja auch 24 nur noch 24 sternen hat es eigentlich nicht mehr viel hat es die welt hier noch dann einmal noch das mit der eis die beiden oberen ohne dass da kann nicht wahr sein dass da kann nicht wahr sein doch da kann ich hatte ich springe jetzt hier hoch als ob ich jetzt hier die roten münzen was so mache ich das jetzt genauso lauf und ordnen session Ah, leck. So, on. Oh, geh ich halt hier rum. Mann. Sauerei, doch, ey. Ich weiß nicht, wenn ich nachher sterbe, weil... Ich geh jetzt erst nach oben, die Münzen holen. Da sind nämlich auch noch mal die fünf und da hinten sind noch mal fünf. Die sind ziemlich leicht zu holen, deswegen... Oh, nicht die auch noch. Oh! Nein! Nein! Ich bin ganz unten. Ich bin ernsthaft jetzt ganz unten. Das kann doch echt nicht wahr sein, Emma. Mir ist klar, warum ich ungefähr 500 Mal so lang brauche wie die Speedrunner. Jahö. Jahö. Ich geh wieder hier hoch. Ich tu mir das nicht nochmal an, nochmal den scheiß Weg außenrum. Oh, lol. So. Okay, das mach ich jetzt nicht wieder. Aber euch drei, komm. Ihr drei, euch drei hol ich. 26. Komm. Oh, mit Leben hab ich gar nicht geholt. Oh! Nee! Och ne... Oh, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Ist das doch einfach nur ein schlechter Witz, ey. Oh, leck. Die eigentliche Aufgabe ist, da unten einen Stern zu holen. Ich turn hier oben rum, weil ich einfach noch die 100 Münzen brauch. Scheiß. Boah. Scheiß. Bälle, ey. Jippie. Eine Runde rutschen. Nee. Okay. Gut. Ich dachte schon, der Schlag versetzt mich so weit in einen Rückstoß irgendwie. Wie viel hab ich jetzt mit 54 Münzen? 31, 81. Würden noch 19 fehlen. Ja, die sind gar kein Problem. Ah, erstmal leben. 38. Also, geschweige denn, ich kriege diese fünf. Ah, und endlich mal das Leben gekriegt. Und alle drei. Oh, Gott. Oh, Gott. Huh, 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 huh. Oh. Die Sprünge, die sind so derbe asozial. Die sind richtig gemein, ey. Ich glaub, ich krieg mehr Münzen, wie ich das letzte Mal. Die hab ich nicht gekriegt, die auch nicht. Die schon, die auch. Ah, 83. Wie viel hab ich ausgerechnet? 81, ne? Komm ich jetzt hier runter. Ah, okay. Ah, okay. Anspannung pur. Hahaha. 85. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, fall doch runter, ey. Ich will keine haben. Aha, drei mit einem Smiley. Können denen das jetzt schon voll sein, die 100? Oh. Oh. Oh, da. Oh, da. Oh, noch. Alter. Ich hab Angst. Ich hab Angst wegen dem... Oh. Oh. Oh, Mann, ey. Warum? Warum ist das so spannend? Oder so knapp? Ich weiß, wo ich hingehe. Da. Sag mit, dass ich die schon hab, bitte. Oh doch, ich hab die schon. Oh, ja, ich hab's. Und, und, und. Feeling like an Orgasmus. Nein, Spaß. Aber, echt erleichterndes Gefühl, jetzt hier 100 Münzen in der Tasche zu haben. Scheiß auf, langsam hab ich gehört. So. So. Hallo, ich mache die Kanon zum Abschlussbereiter. Komm ich da bitte hin. Wo ist das? Das ist nicht so. Ich weiß, wo es ist. Seht mal vom Anfang. Ich bin eine Bombe. Scheiße. So. so, ok von irgendwo hier, wenn ich die Sicht so habe, sehe ich das Ding da hinten, ich werde, da ist schon der Vorsprung, ja, da ist es so, wie komme ich hier hin darunter, nee, da ist ein Weg ein enger Weg, ein schmaler Weg ein what the fuck oh, oh, ok ok vielleicht nicht ganz so schnell langsam alter, ich würde niemals, nie in meinem Leben, würde ich an so einer schmalen Wand einfach muss er vorbeigehen oh, leck, der muss sitzen, der da, der muss sitzen, der muss sitzen so, so, so so, ja, ja, ja ja, beim ersten Versuch wow, der war nice der war richtig geil suche den einsamen Pils Kurs 12 haben doch jetzt fertig, ja, haben fertig wir haben fertig Gulliver Gumpa 15 Kurse gibt's, 4 davon sind auch offen da ich nicht in den Gulliver Gumpa rein will gehen wir in den Frostboden das war, glaube ich, jeder Raum ich glaube, war der 2, ja, war der 2 so finde die 8 Rot hab ich denn alles schon gemacht erklimme den K...